Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aboientist Blob. Ja, die gute Lampie hat sich das gewünscht. Huch, was wir hier weiterspielen. Dann werden wir was auch immer machen, oder? Ich muss euch jetzt dazu sagen, ich hab keine Ahnung mehr, wie es ging. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wir sind da oben. Ach, dieser blöde Vogel, ich erinnere mich. Ja, ja. So, wie konnte man hier was machen? Balla. Aha, so kann man werfen, gut. Oh. Aha, so wird er zum Ball. Trampolin, Leiter, Würfballon, okay. Oh, ist ja witzig. Okay, der war schlecht. Ah, so kann man ihn rufen, okay, okay. Nein, nicht werfen. Ja, dahin. Blab. So. Räuter runter. Das läuft ja ganz hervorragend. Ah, da, da. Und das, ich nehm ihn und... Ach, das war schlecht. Ja, ja, ich weiß, oder? Räuter durch? Muss man wohl von hier vielleicht machen? Ja. Okay. Ach, komm schon. Hoppla. Räuter. Hm, warte mal, kann ich ihn da jetzt? Oh, er wird rot. Auf dich aufzuregen. Alles gut hier. Na, das funktioniert doch. Na, das funktioniert doch. Okay, komm mit dem Ball etwa. Warte. Hier. Ah, das ist ja cool. Ah ja. Jetzt gibt's auch Frischheitsgegner, verstehe. So, die Leiter. Oh, ne, da ist doch Ruf, oder? Da kann ich hoch genug, die Leiter. Oh, hab gar nichts gesagt. Ich hab nichts gesagt. So, Ball. Na, hüpfen wir ein bisschen nach rechts. Na, kann schon. Na, noch einen. Oh. Ah, verstehe. Das ist ja lustig. Gut. Hier komm, Trampolin. Um ein bisschen Absichtung zu haben. Zack. Ja, ja. Mitkommen. Warum glänzt der? Oh. Ach, wenn es da ohne Ruhe ist und hier tun wir uns das Scheife gehen. Ah. Warte, komm, die kriegen wir. Zack. Ja, lass dich aussehen. Kann ich ihn auf die Truhe schießen? Da geschehen Dinge. Hm, wie komm ich an die Truhe ran? Hurry. Hey. Let's go. Was haben wir noch? Wir haben ein Trampolin, wir haben den Luftballon. Wo sind denn da? Kann ich ihn damit steuern? Nö. Was ist denn da? Na, warte mal. Ich kann ihn vielleicht. Kann ich, kann ich, kann ich. Was ist denn da? Wenn ich die da hinschmeiße? Du sollst doch nicht in den Luft fangen. Hey. Wo ist denn da? Oh. Oh. This way. Okay, Idee. Ich schmeiße da hin. Er holt sich die Truhe nicht. Was soll das, Bob? Blob, nicht Bob. Hm, kann man? Okay, neue Idee. Komm her. Ich hab's eben doch weggenommen. Oder wird er nicht weggenommen, bis er nicht geworfen hat. Nee, er bleibt liegen. Okay. Joa, ne? Wie komm ich da hin? Komm, mach doch erstmal wieder den Trampolin. Hey. Da sterben wir, oder? Ja. Ach, warte. Hat er die Truhe fett in sich drin? Warte Idee. Bob, komm her. Nee, ist einfach Bob. Ich glaub, ich nehm Bob. So. Jetzt fängt dann rumzuhüpfen. Aha. Ich hab nur so leichter haben können. Nee. So. Oh. Was wird das nochmal? Hatten wir hier schon? Egal. Weg mit denen. Komm her. Hier, ein Trampolin. Komm her. Komm her. Tatsache. Hey! Okay, da oben ist die Truhe. Let's go. Let's go. Log. Komm schon. Komm her. Hoppen. Und wenn ich hier runter springe, bin ich wahrscheinlich tot, ne? Das heißt, wir machen hier ein Trampolin. Öh. Da hin. Dann hoffe ich einfach mal, dass es passt. Verdammt. Aber wir haben auch überlegt. Von daher, alles gut. Alles gut. Also, eine Truhe fehlt noch. Okay, die ist da drüben. Und hier soll man eine Leiter machen. Hm. Warum wird er eigentlich rot? Ach ja, so rot, dass es hier nicht... Ja, ja. Oh, oh. Man, er holt sich doch, aber er kann... Kann er sich da drin essen? Ah, nee, er kann sich da doch nicht voran nehmen. Gut. Wieder was gelernt. Leiter. Ja, ja. Hier so. Oh, warte mal. Können wir den schon direkt einschmeißen? Nee, da ist doof. Da geht's nicht. Hier so. Los! Los! Hat er gemacht? Ach komm. Verdammt. Ah ja, hier schwebt man langsam drunter. Na dann. Okay, leider muss er wirklich am Rand hin. Oh. Hier so. Nee. Hier so. So. Nee. Nee. Kann ich sie da oben gegenschmeißen? Auch nicht. Ich will es auch nie noch nicht am Rand. Hm. Ah, so könnte es klappen. Los, geh wieder runter. Dann gehen. So, sehr gut, haben wir. Hier passt nicht, oder? Nee. Und nach oben hin. Komm schon. Okay, da soll ein Trampolin hängen. Ah ja. Oh, ich will hier schmeißen. Dann klaut der Vogel das. Okay. Ähm, Trampolin. Ja, das ist verschlauen, ne? Kann ich da oben durchschmeißen? Na, das gefällt mir nicht. Ja, so ist gut. Komm, du schaffst es. Nein, wieso ist die jetzt weg? Kommt da nicht durch, oder? Da regt er sich auf. Hm. Ach, und dann verschwindet es auf einmal. Okay, verstehe. Ja, verstehe. Oh, wie kriegen wir da durch? Komm. Ähm. Los, Bob, komm her. Du wirst zur Eindrüfballon. Du kannst hierüber durchschweben. Genau. Oh, das ist doof. Hier nochmal. Und dann... Komm, du schaffst es. Nee, er kommt dann auch hier durch. Und da rüber springen, das bringt auch nichts, ne? Hurry, Bob! Hm. Können Vogel vielleicht... Nee, der ist zu hoch, ne? Da hinten ist der Ausgang. Ja, ja, war klar. Hey, Bloss! Komm mal her, wenn wir hier eine Leiter machen. Oh, nee, nicht da. Nicht da. Hier so. Da kommst du ja gleich ran. Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Hier. Dann können wir nach da hin hoch. Okay, wir können nicht runterspringen. Können wir Bohnen schmeißen. Können wir auch nicht. Okay, der Wind treibt uns nach oben. Das ist schon mal gut. Ah, neue Idee. Geist des Bits und so, ne? Hier, komm, wir schmeißen die Bohnen da hin. Sehr gut. Wir selber schweben nach oben. Ach. Ich muss mir mal die Knöpfe merken. Unfassbar. So gut kann doch keiner sein, ne? So, hier, Bohnen, da, da, da so. Jetzt die Bohnen da so. Wieso klappt das nicht? Sonst, wenn er den hier macht, dann springt er hier hoch. Hey! Ertreut uns. Was haben wir noch? Wir haben den Ball. Dann versuchen wir das nochmal. Können wir den Vogel abschießen? So schon mal nicht, ne? Hey! Können wir hier einfach rüberspringen? Na gut, da stehe ich um eine Grundtrampolin, ne? Okay, noch ein Versuch. Ich mach ihn zum Ball. Sofern er irgendwann mal kommt. Komm hier! So, du bleibst da liegen. Dann machen wir hier ein Trampolin. Ach, das würde vielleicht der Klemmarum dabei stehen, ne? Ich sollte mir auch öfter mal die Schilder angucken. Na, das ist auch doof. Ja, da ist gut. Ja, ja, Schilder angucken ist so eine Sache. Hallo, da unten die Bohne. Warum hast du sie nicht vergessen? Ach. Bessere Idee. Paula, sorry. Was mach ich denn? So, jetzt ist er da. Es ist so einfach. Oh, so man springt daneben. Nee, 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 nee. Hallo, spring. So, noch mal ohne. Kramp-Ball. Krampolin. Hau rein. So, dann steht gleich hier vorne, ne? Ja. Zack. Aber auch einfach, ne? Ja, erst mal auf das naheliegende kommt, dann ist es einfach. Wir haben alle drei Truhen. Das heißt, wir kriegen ein neues Artefakt. Und da kommt Selbstzeichnung. Schauen wir mal. Ja. 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 wir gleich hin so hier können wir uns angucken die sieben Achso, das geht einfach nur. Ja, ein Level, was ziemlich ätzend scheint. Zeig mal, was haben wir? Bei Trampolin, Leute. Aber hast du nicht schon gemacht, das Level? Ich will nicht nochmal. Na gut. Komm her. Nee, so nicht. Da hin. Ach komm, stell nicht so blöd an. Ja, stell sich blöd an. Na gut, dann machen wir es mit dem Ball. Komm her. Komm her. Hey. Hey. Ja, jetzt wird die Bohne gestülpert. Zack. Hey. Hey! Oh, wir müssen von hier anfangen. Oh, nee. Das ist doch ätzend. Los. Einmal den da. Bob! Bob! So, wir kommen ohne ihn hier nicht rauf. Also müssen wir jetzt den Trampolin machen. Nein, bis dahin hin. Zack. Und wir müssen ihn nochmals zum Trampolin machen. Mal gucken, wo's landet, ne? Oder? Schaffen wir's hier? Das ist so dumm, dass man sieht da nix, ne? Okay. Komm, mach dich mal da zum Trampolin. Lass uns gehen! Hat er, hat er, hat er. Andererseits, was sollen wir da unten, ne? Da ist doch gar nix. Oh, der war knapp. Okay, da ist ein Frosch und da ist ein Frosch. Lass uns gehen! Lass uns gehen! Hey! Oh! Gucken wir's doch mal. Nein, da kommen wir wahrscheinlich nicht rüber, ne? Da einen nicht werfen kann. Na, kann ich nur rollen. Das heißt aber auch, dass er da wahrscheinlich auch nicht durchkommt, oder? Das heißt aber auch, dass er da wahrscheinlich auch nicht durchkommt, oder? Ah doch, ja. Er schmeißt ihn ein bisschen. Aber wir kommen hier die Lücke nicht hoch, also, komm her. Oh. Warum drehst du dich nach links? Was ist das? Lob! Komm! Bereit? Hm. War es einfach nur schlecht gerade, oder? Ich weiß es noch nicht. This way! Er ist zurück! Oh! Wo, was denn da ist, ist das? Oh nein, hier ist es auch nicht! Oh nein! Oh nein! Ja! Da was hinschmeißer? Er kommt durch, okay. Machen wir mal den hier. So, die beiden Frösche sind weg. Und jetzt? Hier unten ist aber auch noch nichts für uns. Hm. Hallo, komm hoch. Ja, komm schon. Ich hab kein gutes Timing heute. Was dumme ist, ich muss auch da. Hm. Und jetzt? Ich weiß immer noch nicht. Hier ist ein kleiner Frosch. Hier zurück kommen wir auch nicht. Muss ich hier durchrollen? Komm her. Mach ich einfach mal. Komm her. Komm her. Oh, ich sagte, komm her. Jetzt nimm ihn doch. Danke. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Voila. Ich mach hier noch mal ein Trampolin, dass wir hier hochkommen. Hier. Geht da oben. Scheint auch nichts zu sein. Man kommt hier rüber. Ach, warte mal. Ich glaub, ich bin doof, ne? Ich bin mal wieder sehr doof. Ja. Doof, als siegt. Ist da ein Frosch? Ah, nee, ist nur so einer. Es sind sogar drei. Na dann. Viel Spaß, Leute. Und da ist der Ausgang. Ja. Ja, ich hab's nicht wieder so auf dem Schirm, dass man den Leitern auch eine Ebene höher gehen kann.